Okay, na, mal gucken wie das wird. Ich befürchte Schlimmes. Oh, ja. Dich nehme ich doch gerne. Bisschen Tears up, ist immer nice. Oh, hm hm. Hm. Ich schaffe die Bombe dahin zu gicken. Oh, gerade so. Gerade so. Ah, du. Hm. Äh. Hm. Na. Nein. Du-du-du. Ah. Autsch. Oh ja, klar. Dass ich deiner Schaden kriege. Naja. Ah. Wupp. Wupp wupp. 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 Das war... ...echt super von denen gespawnt. Oh, wie miese. Noch da, dich gibt's noch. Ich sollte vielleicht aufhören, in diesen Ecken zu stehen. Vielleicht nicht das Glückste, was man machen kann. Naja. Äh, okay. Ich weiß nicht, was du machst, aber du siehst nett aus. Epiphora. Intensifying Tears. Äh, okay. Ich hab keine Ahnung, was das macht, aber okay. Cool. Ähm. Ich nehm mir mal einen Schlüssel mit. So. Yay, Boss. Äh, Monster. Hi. Lang nicht gesehen. Du, du, du. Du, du, du. Ah. Oh. Lurie. Kann sein, dass ich ne höhere T-Rate bekomme, je länger ich die Feuer... äh, Feuer... Tastowelk... ...durch das Rete. Oder einfach je länger ich hier in einem Raum bin. Das Gefühl habe ich nämlich gerade. Das wär... ...nicht verkehrt. Er hat dir auf jeden Fall nichts gegen. Oh, kann auch sein, dass ich mich da jetzt täusche. Dass ich mir das nur eingebildet hab. Hm. Hey, du. Ich mag dich nicht. Ich mag dich nicht, du. Vieh. Oh. Wow. Nope. ... 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 Ich weiß es nicht. Könnte ich das zumindest auch vorstellen. Gefühlt aber. Na, was hast du Schönes für mich? Wow! Kisten. Blowsheads. Und Pillen. Pretty fly. Okay. Und Retrovision. Juhu. Das hat sich ja super gelohnt. Hm. Naja. Oh, sonst ist hier nichts. Na dann mal weiter. Caves. Hm. Löffel. Will ich den Löffel haben? Ich weiß nicht. Ein bisschen Speed wäre ganz nice, aber... Hm. Äh, was machst du? Ich habe keine Ahnung, was du bist. Nightlight. Scared of the dark. Okay. Und was macht das? Ich weiß es nicht. Hm. Ähm. Das sind zwei HP, oder? Jo. Hat sich gelohnt. Hm. Kein Plan, was das macht. Kein Plan. Haben wir vielleicht Angst vor dem Licht? Oder? Ach, die werden verlangsamt. Ah. Gut. Das... Das kann man auch hinnehmen. Oh. Das irritiert mich aber. Irgendwie. Weil das nicht dieselbe Richtung anzeigt, wie die man schießt. Da denke ich immer, ich muss dann damit auch zielen, aber... Hm. Oh, hier. Hier. Oh. Oh. Ouch. Lass mich. In Ruhe. Aha. Da lebt noch einer. Oh. Die werden nicht verlangsamt. Interessant. Money, money, money. Hm. Rerolle ich jetzt... das hier, oder... Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht klöger wäre, den Devil Deal zu rerollen. Allerdings, ich könnte mir auch einfach eine Batterie kaufen. Ich glaube, ich kaufe mir da einfach eine Batterie. Hm. Hm. Na gut. Nochmal. Hm. Oh. Warum nicht? Zehn München für drei Bomben. Pop. Oh. Nope. Nope, 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 nope. Huh. Nope. Ach, verdammt. Oh, dadurch habe ich einen weniger. Yay. Hm. Und da kommt... Papa. Papa. Guri. Junior. Das macht total Sinn. Wie ich das gesagt habe. Hmhm. Ach, das Licht irritiert mich. Na ja. Puh. Knapp. Oh. Jopp. Dingle. Yay. Hm. Auc. Er tut. Oh, nochmal. Weil es ja so schön war, mir Scheiß ins Gesicht zu schleudern. Nope, 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 diesmal nicht. Nope. Huhuhu. Na? Hm, hmhmhmhm, eigentlich beide nicht so überragend. Hm. Hm. Huh, soll ich das nehmen? Soll ich das nehmen? Ach, das ist ne gute Frage. Hm. Hm. Tower. Hm. Hm. Alles irgendwie nicht so extrem super, aber ich nehm's trotzdem. Dich nehm ich auch und dich nehm ich auch. Einfach. Warum nicht? Warum nicht? Jetzt hab ich nur ein Herz und werd vermutlich sterben, aber hey! Immerhin hatte ich Spaß. Hm. Naja. Mal gucken. Ich werd sowas von sterben. Das weiß ich jetzt schon. Ähm. Ähm. Noch ne Spritze. Äh. Hm. Die schwarze Kerze. Äh. Äh. Boop. Du gibst mir nichts. Das war ja klar. Hmhm. Gibt ihr mir was? Jaaa. Jaaa. Münzen. Juhu. Auch wenn ich die Kerze nicht unbedingt brauche. Ich nehm sie schon zum. Ich nehm sie. Ah, da war die Spritze. Genau. Hm. Hm hm hm. Super Items. Jaaa. Oh Gott. Ha. Nope. Autsch. Ha. Nein. Lasst mich. Oh. Autsch. Das wird lustig mit den ganzen fliegenden Schädeln hier. Huh. Huuu. Nett, dass ihr sie weggemacht habt. Sehr nett. Sehr, sehr mitfühlend von euch. Ich bedanke mich zutiefst. Geh weg, geh weg, geh weg. Hm 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 hm. Geht weg. Ihr. Ihr seid hier nicht willkommen. Zumindest nicht von mir. Oh, die Gegner. Beste Gegner. Im ganzen Spiel. Definitiv. Ah. Rennt da durch. Das war doch voll der Kreis. Warum? Warum wird das nicht als Kreise erkannt? Na gut, das sind vielleicht eher Dreiecke, aber... Kannst doch immerhin so tun, als wäre ein Kreis. Oder? Ist das so viel verlangt? Ich denke nicht. Siehst du? Das war auch ein Kreis. Dann wird die anderen Teile aufkreisen. Oder nicht? Oh. Wow. Wow. Super Items hier. Wirklich. Äh, Schärmchen spelt. Wäre ein bisschen mehr Damage, ne? Ah. Warum nicht? Was kann denn schon schief gehen? Ja. Ja. Hey. Did it. Hold on. Hold on. Nope. Haha. Nope. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Na komm. Uh. Und gleich spawnen schon der Nächste! Yay! Huh. Ah. Nicht du! Nicht du! Oh Gott, du bist nervig. Okay, bleib da. Bleib die ganze Zeit da. Gut, tu es nicht. Auch immer du willst. Oh, wow. Bleib da, bleib da, bleib da. Danke. Nett von dir. So. Hm. Eine Batterie wäre schön. Ja, das wäre sie. Ah, ich hole mir schon meine Schlüssel. Ansonsten... Hm. Was mache ich sonst? Jo. Hm. Ah, du. Warum habe ich das getan? Warum? Ja. Geht er durch. Oh. Na komm. Na komm. Na komm. Das war voll der Kreis. Ja, siehst du? Wenn sogar das ein Kreis war. Oh. Zu spät. Ach, du bist der, der die Herzchen hier. Okay. Damit kann ich besser leben als mit dem... der die... ...pinken Häufchen macht. Gutschigutschigu. Hier bin ich. Oh. Na komm. Na komm. Ja. Wasser. Das ist mal ein... fettes Zeichen. Das gefällt mir. Hm. Nope. Yay. Endlich. Oh. Oh. Du. Geh weg. Kusch. Ah. Pff. Hm. Hm. Hm 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 hm. Uh. Dich nehme ich gerne. Du. Kann doch noch was machen. Du. Du. Keine Ahnung was du machst. Du. Huh. Oh. Nein. Nein. Nope. Äh. Hm. Dich nehme ich. wohl die Spritze mit. Speed und Shotspeed. Yay. Ein paar Damage. Ups wäre nice aber... Aber hey. Man kann nicht alles haben. Hm 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 hm. Ähm. Hm 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 Das aber wäre großzügig. Stammzellen! Yay! Ja, hier. Pfui. Hab grad schon... ...eure Wurmform zerstört. Gott, das ist ein Flippomb. Aber ich mach sogar ein bisschen Schaden jetzt. Yay! Kommen hier grad irgendwie nur die... ...extrem nervigen... ...Gegnertypen? So gefühlt... ...ist das so. Ach, aber ein bisschen... ...der Gifteffekt ist ganz nice. Oh, stimmt, ihr haltet dazu denn... ...äh... ...äh... ...ah... ...äh... ...augen, augen, augen... ...hilfe... ...nope. Wie ich das überlebt hab. Oh Gott, seid ihr nicht die mit den... ...jupp! Brimstonegeister! Yay! ...beste Erfindung... ...seit... ...keine Ahnung. Was war die... ...letzte gute Erfindung? Hm. Hm. Okay. Das hab ich genommen. Das hab ich auch genommen. Gut. Ähm... ...die Handtasche? Hm. Hm 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 hm. ...die Handtasche... ...oder das. Hm hm. Ich nehm die Handtasche. Uh, PhD! Das hätt ihr auch gerne. Uh. Bisschen... ...Geld? Bisschen mehr wär noch ganz nice, aber hey! Wir wollen ja nicht... ...gierig werden. Hm hm hm. Ah. Ich kämpf grad gegen... ...zwei Doki's in drei Stunden. Da, da denkt man... ...man braucht keinen... ...Mathe nach der Schule, aber anscheinend schon. Ein... ...zwei halbe Doki. War zwar nicht so viel mit Mathe zu tun, aber... ...n bisschen... ...und ja... ...hier... ...naha... ...da oben auch noch n Reiter? Natürlich! Zwei... ...Lokis... ...und... ...Autsch! Sehr viele Bomben, und zwei... ...mal... ...das... ...woom grad auch immer... ...kurze Pause war. Ich weiß es nicht. Zum Glück schaden die sich anscheinend ein bisschen selbst mit den Bomben. Gegenseitig. Weil sie sich so doll mögen. Das ist echte Bruderliebe. Wenn die Brüder sind. Ja, vielleicht Zwillinge oder so. Dat, 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 dat. Yay. Und das waren nur die. Hey, PhD. Yay. Okay. Oh, W-oh. Oh Gott. Oh Gott, zweimal. Harum. Harum, tust du mir das an? Spiel. Was hab ich dir getan? Ouch. Oh, und du spawnst die Vier. Yay. Das wird lustig. Nicht. Hm. Na? Hm. Autsch. Das war schlecht. Okay. Gut. Da geht die Möglichkeit. Gott. Ich glaube, es war ein Fehler. Das war definitiv ein Fehler. Wenn erst mal der eine weg ist, dann... Yay. Yay. Woo. Freude. Dann könnte ich ja vielleicht sogar hier oben stehen. Ja, ich habe genug Reichweite. Yay. Steh auch da unten, obwohl ich dich kaum sehen kann. Ich stirb einfach. Yay. Woohoo. Ah. Yay. Ich bin Guppy. Woohoo. Hm. Die Frage ist, was nehme ich? Was nehme ich davon? Ich denke, der ist hier. Dann kann ich zwei Sachen re-rollen. Ich bin Guppy, oder? Yay. Ich bin Guppy. Das Spiel sagt es mir sogar. Guppy. Blub. Ah, okay. Das nehme ich. Das nehme ich. Blub. 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 Yay. Woohoo. Ich bin Guppy. Juhu. Oh, eine Pille. Ja, die bleibt natürlich. Gleich. Oh, ich kann dann die Kiste da. Okay. Nehme ich. Ist da noch was Schönes? Hm. Na, Münze. Warum nicht? Ich kann sogar in den... Zackenraum. Hmhm. Will der Fortune? Ach, warum nicht? Tududu. Nice. Und wenn ich sterbe trotzdem, obwohl ich Guppy bin. Ich sehe es doch schon kommen. Damage, oder? Ja, ein bisschen Damage. Schwun. Spun. Uh, das ist... Das ist nice. Oh, ich brauche... Hm, Schlüssel. Huh, wenn die hier keinen Schlüssel gehabt hätten, das wäre... Feindlich gewesen. Ja, lustig. Trallbomber. Ja, warte mal eben. Ja, das ist ruhig. Ja, jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020